Kalksandstein. Rohstoffe, Herstellung, Verarbeitung und Nutzung. Sandgewinnung. Hauptbestandteil des Kalksandsteins ist natürlicher Sand. Mit hochtechnisierten Methoden wird er auf zwei Arten gewonnen. Wenn die Erdschichten, denen der feinkörnige Rohstoff entnommen wird, über dem Grundwasser liegen, spricht man von Trockengewinnung. Entsprechend werden bei der Nassgewinnung Sandvorkommen unter Wasser abgetragen. Bevor die Verarbeitung beginnen kann, müssen zunächst alle Sandkörner ausgesiebt werden, die einen zu großen Durchmesser haben, denn sie sind nicht verwertbar. Da die optimale Mischung für Kalksandstein in der Natur nur selten vorkommt, werden den übrig gebliebenen Körnern weitere Arten von Sand hinzugefügt. Während des gesamten Prozesses fallen keinerlei Schadstoffe an. So können stillgelegte Förderstätten renaturiert werden und in den natürlichen Kreislauf zurückkehren, denn Rohstoffgewinnung bedeutet auch Artenvielfalt. Kalkgewinnung und Brennvorgang. Neben Sand wird Kalk zur Herstellung von Kalksandstein benötigt. Dieser rein natürliche Rohstoff hat sich über Jahrmillionen aus Schalen und Skeletten von Meerestieren gebildet. Weit unterhalb der Erdoberfläche haben sie sich unter hohem Druck zu Kalkstein verfestigt. Im ersten Schritt muss der Kalksteinfelsen durch Sprengungen gelockert und zertrümmert werden. Anschließend transportieren große Muldenkipper das Gestein zum Brecher, der die großen Brocken zerkleinert. Bis zu diesem Zeitpunkt ist das Material noch dunkel und schwer. Es wird dann bei rund 1000 Grad Celsius in Brennöfen gebrannt. Im Ofen verändert der Kalkstein seine chemische Zusammensetzung. Aus Calciumcarbonat wird Calciumoxid. Große Mühlen zerreiben den Kalk anschließend in ein feines helles Pulver. Das Produkt, das nun Brandkalk heißt, wird in LKWs abgefüllt und dann zu den Kalksandsteinwerken transportiert. Wassergewinnung. Wasser ist die dritte Komponente zur Herstellung von Kalksandstein. Kalksandsteinwerke haben entweder eigene Brunnen oder Seen oder beziehen das Wasser vom kommunalen Versorger. Die benötigte Menge ist denkbar gering. Im Schnitt nur etwa 5% des Eigengewichts eines Rohlings entfallen auf das Element Wasser. Es wird darüber hinaus verwendet, um den Dampf für die Härtung der Rohlinge zu erzeugen. Die Werke haben eigene Aufbereitungsanlagen und können so das gereinigte Wasser mehrmals in den Dampfkreislauf einbringen. Ständige Kontrollen während des Herstellungsprozesses sichern die gleichbleibende Qualität des Kalksandsteins. Dabei ist seine hohe Festigkeit alles andere als ein Zufallsprodukt. Die optimale Zusammensetzung von Kalk, Wasser und Sand in verschiedenen Korngrößen wird computergesteuert errechnet und in den Mischer gegeben. Die unterschiedlichen Korngrößen sind notwendig, um Hohlräume zwischen den größeren Sandkörnern mit kleineren aufzufüllen. Die Reihenfolge der einzelnen Komponenten ist festgelegt. Nach der Vermischung der Sandsorten wird Wasser zugesetzt und zuletzt der fein gemahlene Brandkalk hinzugefügt. Das Mischverhältnis Sand zu kalt ist etwa 12 zu 1. Kalklöschung Das Gemisch aus Brandkalk, Sand und Wasser wird in einen Reaktionsbehälter geleitet. Hier löscht der Brandkalk, der chemisch Calciumoxid genannt wird, mit Wasser zu Kalkhydrat oder chemisch Calciumhydroxid ab. Dabei wird natürliche Wärmeenergie freigesetzt. Danach gelangt die noch heiße Kalksandmasse über einen Nachmischer zu den vollautomatischen Steinpressen. Pressen Große hydraulische Steinpressen verdichten die eingefüllte Kalksandmasse zu Rohlingen. Sie sind jetzt noch nicht vollständig fest und können noch mit den Händen zerdrückt werden. Insgesamt lassen sich auf diese Weise mehrere hundert Kalksandsteinformate mit verschiedenen Rohdichten herstellen. Die Abmessungen werden noch kontrolliert, bevor die Rohlinge zu den Härtewagen gelangen. Dampfhärtung Die Härtung der Steinrohlinge erfolgt in großen Druckbehältern. Sie fassen mehrere tausend Kalksandsteine gleichzeitig. In diesen sogenannten Autoklaven werden die Rohlinge mit heißem Wasserdampf bei nur rund 200 Grad Celsius und etwa 16 Bar Dampfdruck gehärtet. Je nach Größe dauert das sechs bis zwölf Stunden. So erhalten die Kalksandsteine ihre hohe Festigkeit. Der Energieaufwand beim Härten ist relativ gering. Die vorhandene Wärmeenergie wird im Produktionsprozess weiter genutzt. Das sorgt für eine sehr gute Ökobilanz. Zudem macht die Härtung den Kalksandstein langlebig und witterungsbeständig. Qualitätskontrolle Die umfassende Qualitätskontrolle ist ein zentraler Bestandteil im gesamten Herstellungsprozess. Einzelne Steine werden stichprobenartig entnommen und unter anderem auf ihre Druckfestigkeit hin überprüft. So ist sichergestellt, dass alle Endprodukte einem normierten Mindestdruck standhalten. Transport Die hohe Qualität des Kalksandsteins bleibt auch während des Transports erhalten. Dazu werden die Steine von automatischen Verpackungsanlagen zu Paketen geschnürt und in der Regel in Kunststofffolie eingeschweißt. Anschließend werden die Steinpaletten zu den Baustoffhändlern oder direkt auf die Baustellen gebracht. Verarbeitung Auf der Baustelle ist die richtige Platzierung für eine optimale Verarbeitung wichtig. Die Steinpaletten sowie alle weiteren Materialien wie Mörtelkübel, Rollgerüst oder Versetzgerät sollten den Maurern ausreichenden Bewegungsspielraum lassen. Die Kalksandsteine werden zur Verarbeitung je nach Größe per Hand oder mit einem Kran versetzt. Es werden überwiegend mittelgroße Einheiten wie Plansteine oder großformatige Steine, sogenannte Plan- und Rasterelemente, verbaut. Der verwendete Dünnbettmörtel wird mit einem Mörtelschlitten aufgezogen. Das ermöglicht einen insgesamt schnelleren Baufortschritt. Kalksandstein erfüllt nicht nur ästhetische Ansprüche. Er dient darüber hinaus dem Schallschutz und kann als Bestandteil der wärmedämmenden Konstruktion auf alle Energiestandards abgestimmt werden. Kalksandsteine werden bei tragendem und nicht tragendem Mauerwerk eingesetzt. Sie dienen vorwiegend der Erstellung von Außen- und Innenwänden, sowohl bei Ein- und Zweifamilienhäusern als auch bei mehrgeschossigen Wohngebäuden und bei Gewerbe-, Industrie- und landwirtschaftlichen Gebäuden. Falls bei der Produktion fehlerhafte Ware oder Überschüsse entstehen, können diese bedenkenlos wieder dem Herstellungsprozess zugeführt werden. Die Kalksandsteinforschung hat herausgefunden, sortenreines Kalksandstein-Abbruchmaterial lässt sich zudem vollständig auf vielfache Weise weiterverwenden, etwa als Tragmaterial beim Straßenbau, als methanabbauende Deckschicht von Mülldeponien, als Gesteinskörnung für Beton oder auch als Vegetationssubstrat für Dachbegrünungen oder Baumpflanzungen. Diese Eigenschaft macht Kalksandstein zum idealen Baustoff für zeitgemäßen ökologischen Hausbau. Baustoff mit überzeugenden Vorteilen Kalksandstein ist seit mehr als 120 Jahren eine exzellente Wahl, wenn es um einen zukunftsfähigen Baustoff geht. Er hat sich als nachhaltiger, wirtschaftlicher und werthaltiger Baustoff am Markt bewährt. Kalksandstein wird in Deutschland ausschließlich aus natürlichen und heimischen Rohstoffen regional erzeugt und leistet so einen Beitrag zu einer gesunden Bauweise. Kalksandstein ist zudem ein exzellenter Wärmespeicher, der die Einhaltung modernster Energiestandards ermöglicht. Das macht Bauen zukunftssicher und effizient. Darüber hinaus ist Kalksandstein sehr maßgenau, leicht zu verarbeiten und trägt so dazu bei, dass Bauvorhaben schneller umgesetzt werden können. Und die Gewinnung von Rohstoffen, die Herstellung und der Transport sind dabei auch noch sehr umweltschonend. Das sorgt für eine hervorragende Ökobilanz. Die Kombination all dieser Vorzüge macht Kalksandstein als Baustoff auch weiterhin unschlagbar. Kalksandstein ist somit der Baustoff von heute und morgen. Kalksandstein Kalksandstein